Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie du eigentlich so eine Brille richtig reinigen kannst, damit keine Streifen und vor allem auch keine Kratzer in die Gläser hier reinkommen. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Solche billigen Brillenputztücher aus dem Supermarkt hier sind meistens schon feucht und enthalten leider auch etwas Alkohol, was die Gläser sogar angreifen kann. Und aus diesem Grund zeige ich dir jetzt mal eine Methode, deine Brille zu reinigen, womit wir natürlich kein Alkohol verwenden und die Gläser heil bleiben. Zuerst einmal die Henne waschen, damit sich dort auf keinen Fall mehr irgendein Schmutz befindet, der wo die Gläser im Nachhinein zerkratzen könnte. Danach die Brillengläser unter fließendem kalten Wasser einmal von grobem Schmutz befreien, wie zum Beispiel Staub, das natürlich auf beiden Seiten. Anschließend etwas mildes Spülmittel auf die Finger hier vorne drauf geben. Wichtig ist, dass das Spülmittel auf keinen Fall Hautschonend sein sollte, denn dort sind meistens irgendwelche Balsame enthalten, die einfach im Nachhinein noch Schmierflecken auf den Brillengläsern hinterlassen. Das Spülmittel habe ich auf meine nassen Finger gegeben, jetzt einmal hier vorne schon etwas verreiben und nun können wir nämlich unsere Brillengläser einmal leicht von beiden Seiten in Kreisbewegungen hier etwas einreiben. Das mache ich jetzt einfach mal etwas auf dieser Seite und natürlich hier drüben auch noch. Und anschließend muss ich jetzt wieder mit kaltem Wasser abspülen. Bevor ich es vergesse, der Druck darf auf gar keinen Fall bei deinen Fingern hier zu groß sein, also wirklich mit Gefühl einmal diese Kreisbewegungen machen und wir können natürlich auch die Bügel hier hinten dementsprechend noch sauber machen, da unsere Finger eh schon voller Spülmittel sind. Jetzt also wieder unter fließendem kalten Wasser abwaschen, hier natürlich jetzt auch die Bügel sauber machen und von beiden Seiten, bis die Brille wirklich wieder komplett von Spülmittel befreit ist. Dann am besten ein spezielles Mikrofasertuch für Brillengläser verwenden. Hier sollte kein Schmutz vorhanden sein und jetzt die Brille komplett trocken machen. Hierbei natürlich auch nicht vergessen, dass unsere Brillenbügel hier hinten auch noch nass sind. Und das mache ich jetzt wieder mit der ganzen Brille. Küchenpapier oder Tempo solltest du zum Trockenmachen von deiner Brille übrigens vermeiden, denn die Struktur von diesen Rollen kann Mikrokratzer in deinen Gläsern verursachen, was wir auf gar keinen Fall haben möchten. Deswegen lieber ein Mikrofasertuch verwenden. Schon haben wir unsere dreckige Brille jetzt gereinigt und damit das einfach eine längere Zeit anhält, solltest du darauf achten, dass du die Gläser hier vorne auf gar keinen Fall anfasst, denn dadurch entsteht wieder ein Schmierfilm, den wir wieder reinigen müssen und leg dir am besten mal so ein Brillenetuit zu. Das hat den Vorteil, wenn du die Brille gerade nicht trägst, du kannst deine Brille reinlegen, zumachen und schon ist die Brille bzw. die Gläser vor größeren Verschmutzungen geschützt. Wenn du dir für zu Hause jetzt solche Mikrofasertücher hier, ein entsprechendes Brillenetui, eine Brille oder vielleicht sogar das entsprechende Spülmittel hierfür zulegen möchtest, dann kann ich dir hierfür wirklich nur Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markenerstellung zu einem relativ günstigen Preis und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra in ein Fachgeschäft Hilfe fahren. Wenn du dir also eins von diesen Untersiedeln hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten drunter gerne mal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast.